Was geht ab YouTube? Nochmal 666 Flake von dem YCS Bochum. Tag 2. Habe eben ein Win & Match gespielt. Erste Runde gegen Light Swarm habe ich gewonnen. Zweite Runde gegen Insektor. Ebenfalls gewonnen. Dritte Runde gegen Hero. Gegner hat mit 200 Life Points gewonnen. Wir sehen hier... Werden sehen wir hier? Das erste Spiele, wo erst zwei Runden gegen Chamberlain gespielt hat. Die Kollegen haben gesagt, du bist von Team Bubbles hier auch? Ja, das ist es. Ich gehe nie, nie in Team Bubbles. Sie wollten an jeblich auch hier sein? Eigentlich ja, aber... Habt ihr ihn gesehen? Nein, nein, ein Mitglied ist da, aber die andere ist nicht da. Okay, alles klar. Die Tops halt. Genau, hier die Tops Table. Und das werden wir noch mal kurz rein. Auf den ersten Blick keine bekannten Gesichter. Auf den ersten Blick. Auf jeden Fall Winamette letzte Runde mit 200 Life Points. Rest beim Gegner verloren. Hatte dann auch Reborn und lebendig Heimkernen. Ja, und hier sehen wir halt die Top Tables von der VCS Bochum. Ich denke mal, wir werden nicht mehr allzu lange hier bleiben. Geht dann bald wieder zurück in die Heimat. Auf jeden Fall. ... ... Vielen Dank.